Dempo Sports Club ist ein indischer Fußballverein in Goa. Aktuell spielt er in der höchsten indischen Fußballliga, der I-League. Geschichte Gegründet wurde er 1961 unter dem Namen Club de Spoti Wodebich Olim. 1966 wurde er nach dem Hauptsponsor Dempo Susa umbenannt. Nach einer nochmaligen Umbenennung 1968 erhielt der Verein seinen heutigen Namen. Neben Saal Gauka Sports Club and Sporting Club de Goa gehört er zu den populärsten Vereinen in Goa. Im Jahr 2005 konnte er das indische Double holen und gewann sowohl die Meisterschaft als auch das Pokalendspiel. Dempo gewann zudem die letzte Meisterschaft des alten Ligaformats in der National Football League. Als auch ein Jahr später die erste Meisterschaft der 9-League. Durch die Meisterschaft 2007-08 nahm der Verein an der Qualifikation zur AFC Champions League 2009 teil. Gegen Al-Charge hatte man jedoch mit 0 zu 3 keine Chance und wurde in den AFC Cup herabgestuft. Nach vier Spieltagen der Gruppenphase hatte man sehr gute Chancen in die nächste Runde einzuziehen. Der größten Erfolg war der Einzug ins Halbfinale des AFC Cup 2008. Die Meisterschaft 2008-09, welche am 16. April 2009 endete, schloss man diesmal auf Platz 4 ab. Die Meisterschaft 2009-10 schloss man als Meister ab. Die Meisterschaft 2010-11 schloss man auf Platz 4 ab mit 6 Punkten Rückstand auf den ersten. Mit Meisterschaft 2011-12 gewann man den dritten Meisterschaftstitel. Stadion Das Fatoda-Stadion ist eine Multifunktionsarena in Magau-Ingua mit einer Kapazität von 35.000 Zuschauern. Erfolge Indischer Meister 2004-05-2006-07-2007-08-2019-2011-12 Durant Cup 2006 Bekannte Spieler Cristiano de Lima Klimax Lorenz Ishfak Ahmed Ranti Martin-Sulay Clifford Miranda Ranti Martin-Ranti 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 Martin-R